Willkommen heute wieder zu einer Runde durch die Clicker Idle und Incremental Games. Als nächstes geht es jetzt mit Idle Champions of the Forgotten Realms weiter. Wir sind inzwischen bereits im Storyteller Weekend, wo natürlich hier die dann jetzt gebufft sind und es wieder eine neue Kiste gab. Aktuell bin ich jetzt noch auf einer Free-to-Play-Mission oder einer Free-Play-Mission, um weitere Camps Favors einzusammeln. Mal gucken, wie weit seid ihr jetzt? Bei 2%. Mehr ist an sich nur sehr, sehr schwierig möglich. Und bevor ich jetzt gleich resette, habe ich hier schon mal den ersten Hinweis, weil es ist so, dass Starlacks Bonus, ich dachte immer, der wäre tatsächlich ganz am Anfang irgendwie additiv gewesen. Das heißt, bei 2,10 hoch 11 machen 10% mehr oder weniger dann auch nicht viel aus. Aber inzwischen ist der Multiplikativ. Das heißt, dass der Gold-Bonus, mal gucken, ob ich eigentlich hier auf der Kampagnenkarte sozusagen den regulären Bonus sehe. Genau, also bei dem normalen Top of Annihilation hätte ich einen Gold-Bonus von knapp 4 hoch 10 und tatsächlich habe ich jetzt einen Gold-Bonus von 2 hoch 11. Also etwa das Fünffache. Was eben da nicht zu dem Nachstande kommt, dass er hier mehrere Gold-Upgrades hat. Also hier 10, 20, 30, 40, 50, 60%. Okay, könnte eigentlich nicht so weit hinkommen, aber egal. Keine Ahnung, welche Boni da sonst noch dazukommen. Im Moment ist es auf jeden Fall so, dass das ganz gut passt, einfach da überhaupt noch ein bisschen mehr Gold einzusammeln. Weil im Moment ist eben weiterhin meine Schwierigkeit, so über Area 200 tatsächlich hinauszukommen, auch obwohl es jetzt natürlich diese weiteren Boni gibt. Das ist irgendwie ziemlich anstrengend. So, mal schauen, was habe ich denn jetzt? Es gab natürlich wieder Events, Achievements. So, Recruit Bebin, Evelyn. Evelyn hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal. Das heißt, Bebin, Drag & Down ist neu dazugekommen. Und Recruit Deakin. Deakin war jetzt der letzte für das Founder's Day und das ist jetzt auch vervollständigt. Das heißt, das ist alles komplett. Es gab neue Missionen. Mal gucken. Gucken wir mal in die Campanion-Karte für Tomb of Annihilation. Dann müsste es hier drüben weitere gegeben haben, von denen ich die, von denen ich auch noch nicht alle gespielt habe. Also hier Grand Puzzle habe ich noch nicht freigeschaltet, weil Arena 225 bin ich jetzt noch nicht angegangen. Hier habe ich die 200 zumindest gemacht, aber den 225er habe ich auch noch nicht gemacht. Genau, ihr seht, hier habe ich jetzt noch keine vervollständigt. Dann, genau, Kir Sabal. Das ist das, was neu freigeschaltet wurde. Und das war der Ort, der noch, genau, Captured war der Ort, der danach gekommen ist. Hier habe ich zumindest die beiden Standardsachen schon abgeschlossen, aber auch hier die 225er bin ich noch nicht weiter angegangen. Das heißt, da stehen noch einige weitere neue Steam-Errungenschaften auch aus, wovon ich aktuell jetzt 45 von 69 habe. Das heißt, da sind noch einige Missionen, die im Moment auf mich warten. Dragon Down ist vorbei und auch Founder State ist schon erledigt. Ah, Moment, ich muss noch meine Kisten auspacken. Ich habe ja das eine Achievement noch nicht vervollständigt. Also, räume ich mal mit euch hier gleich schon mal die Kisten auf. Habe ich nur eine Goldkiste von dem bekommen. Thunderbolt. Na, das ist eine andere Kiste. Das war wieder irgendeine... Achso, dann sind das hier die sieben Kisten. Also, das sind die Kisten, die ich aus dem Free-to-Play und aus den Missionen für Geekin habe ich die und für den Founder's Day. Das heißt, das sind die Founder's Day Kisten. Und das heißt, da habe ich insgesamt sieben Goldkisten und sieben normale Kisten mit den Free-Play-Missionen und den drei normalen Missionen bekommen. So, naja, dann packe ich die jetzt mal mit euch aus. Mal gucken, was er jetzt alles so für Gegenstände bekommt. Zumindest drei Slots sind jetzt schon ausgestattet. Das ist jetzt der vierte. So, das ist dann der fünfte. Dann fehlt eigentlich nur noch ein Item. Okay, damit ist auch der sechste Slot ausgerüstet. Genau, damit ist die Errungenschaft auf jeden Fall fertig. So, dann machen wir hier jetzt mal die Kisten noch zu Ende. Und schauen wir uns mal an. Genau, also das Doom-Equipment ist jetzt abgeschlossen. Das hat dann soweit geklappt. Jetzt sind tatsächlich alle fünf davon abgeschlossen. Was, wie gesagt, mit dem 1% ist es recht angenehm, dass man da keinen großen Bonus verliert, wenn man die jetzt nicht vervollständigt hatte bisher und sich das dann recht überschaubar ausnimmt. So, Storytale Evident kann ich zumachen. Jetzt kann ich hier noch ein bisschen was aktivieren. Mal gucken, ob die eigentlich noch ein bisschen weiterkommen, während ich mich mit euch unterhalte. Also im Moment sieht es zumindest ganz gut aus, dass sie hier noch ein bisschen Schaden machen. Aber ich denke nicht, dass sie da jetzt allzu weit kommen. Und vor allen Dingen, die sind ja schon ziemlich lange unterwegs. Das heißt, da kommt auch nicht mehr allzu viel Bonus dazu. Jetzt machen wir mal noch mit den Kisten weiter. Packen wir mal noch die weitere. Das dürfte die nächste Wochenendkiste gewesen sein. Die hat auch wieder für den Gear drin. Okay. Gucken wir mal, was er jetzt noch an größerer Ausrüstung bekommt. Hoffentlich kriegt er auch so ein paar blauen, noch ein paar epische dabei. Wobei ich noch nicht weiß, ob der eine sinnvolle Fähigkeit hat, die ich tatsächlich weiter nutzen würde. So, da hat er jetzt zumindest ein grünes Upgrade noch bekommen. Okay, hier ist noch eins weiter auf grün aufgestiegen. Ha, da hat er sein erstes episches. Und das ist sogar auf, ja, erst auf blau und dann auf episch letztlich. Es dürfte das gleiche Teil sein. Gut, noch eine blaue Aufwertung. Noch eine. Das heißt, es war nur ein episches Item dabei. Alle anderen sind zumindest jetzt bis blau aufgestuft, immerhin. Aber mal sehen, ob der sinnvoll ist, dann einzusetzen. Ich kann ja mal austauschen. Der steht ja in der zweiten Reihe. Da muss ich dann nur, ja, genug Upgrades kaufen. Die ist, kannst du auf dem, noch effects all champions in der Formation. Oder, ich weiß bei fünf Sekunden, but it's still only effects ejected Crusaders. Ja, das kann ich ruhig machen, weil, ähm, Birdsong steht ja direkt neben ihm. Und dann mal schauen, wie es im Wechsel aussieht. Also, jetzt bekomme ich eins hoch vierundsechzig. Naja, so in der Dreh, je nachdem, ob sie halt gerade noch jemanden gekillt hat. Wir haben jetzt eins hoch 63. Okay, ist kein sehr großer Unterschied. So, was ich aktuell noch mache, ist, ähm, den letzten Autoklicker hier zu holen. Ähm, ähm, also zumindest der, der über die, äh, grünen Gems zu bekommen ist. Und nicht auf jeden Fall als DLC gekauft werden muss, weil die anderen drei sind, als, auf jeden Fall als DLC für 10, 15 und 20 Euro zu kaufen. Und der hier eben für 50.000. Was, wenn ich das, äh, in Kisten umrechne, also wenn ich mir anschaue, hier in den Kisten oder bei den Kisten, kann ich ja eine Goldchest kaufen. Drei würde es für 5 Dollar geben. Und wenn ich dann also umrechne, äh, bei 10.000, äh, komme ich so auf 20 Kisten, was dann irgendwas zwischen 20 und 25, ähm, Dollar entspricht. Und das heißt, bei 50.000 wären das 100 Kisten. Das heißt, hier, ähm, sozusagen der Gegenwert, äh, im Vergleich zu dem, was ich an Rubys für Kisten ausgeben müsste, oder um halt, ähm, dort das Gleiche zu bekommen, wären über 100 Dollar. Aber es dauert im Endeffekt vom Grining her auch ziemlich lange, die 50.000 zusammen zu bekommen. Und dann bin ich mal gespannt, weil mit drei Monsterklickern, die man, ähm, also im Moment benutzt es ja nur, um zwei bevorzugte Crusader dann ständig aufzuleveln. Das ist einmal Birzong, mein DPS, und dann eben Jalax für die Goldboni, wo ich sie normal aktiv habe. Aber wenn ich dann alle drei hier im Spielfeld aktiviere, sollte es dann der Fall sein, dass sie auch automatisch die Gegenstände einsammeln. Weil sonst klicken sie halt nur die Monster an, aber die Gegenstände werden erst mit der Zeit eingesammelt. Und jetzt kommen wir noch zu einer Neuerung. Also ihr seht hier schon das neue Symbol. Ihr habt auch auf der Karte schon, äh, wenn ihr das gesehen habt, also neben diesem Waterdeep Dragon heißt. Ich weiß gar nicht, ob das am letzten Mal schon da war. Auf jeden Fall gibt es hier eine neue permanente, äh, Kampagne. Aber was es auf jeden Fall auch noch gibt, sind jetzt die Time Gates. Die erste Runde habe ich schon erledigt. Ähm, das heißt, es ist jetzt schon wieder, ich glaube, zwei Wochen oder hat sogar drei Wochen gedauert, ähm, bis das wieder von alleine freigeschaltet wird. Also jetzt habe ich noch zwei Tage, ähm, um nochmal solche Gates zu machen. Und, ähm, die andere Möglichkeit ist dann nach und nach, ähm, Gate Pieces von Bossen, ähm, zu sammeln. Allerdings kann man die nicht gut farmen, sondern die haben sehr, sehr langen Cooldown. Ich glaube irgendwie so, dass man nur einen alle zwölf oder vierundzwanzig Stunden überhaupt finden kann. Also von daher, ähm, da extra was zu machen, wird sich kaum lohnen, sondern einfach dann, wenn man sie voll hat, kann man eben so ein Gate auch vorzeitig öffnen, bevor diese Standard-Cooldown, ähm, dann ein neues Gate ermöglicht. Und wie funktioniert das jetzt mit den Gates? Also ihr seht, ich habe hier jetzt drei zur Auswahl. Und da besteht einmal die Möglichkeit, dass eben die Champions, die man eben irgendwie verpasst hat, weil man bei den Events nicht dabei war oder es nicht weit genug geschafft hat. Also Thunderstay komplett, Drang and Down komplett. Gate Maroon March, ähm, The Running, Greengrass. Äh, Greengrass ist eins der drei, die jetzt gerade da sind. Also da habe ich alles komplett. Würde sich also wenig lohnen. Mal schauen, was der jetzt für eine Ausrüstung hat und ob ich ihm eine bessere Ausrüstung, auch wenn ich ihn nicht nutze, äh, verpassen möchte. Okay, er hat ein episches, drei grün, äh, drei blaue und einen letztlich nur auf grün. Das heißt, für den Narag wäre es auf jeden Fall interessant, da, äh, zumindest hier noch ein blaues, äh, es sind sogar noch zwei auf grün, also hier noch blaue zu bekommen. Wen hat man noch außer Narag? Genau, Greengrass und Simril Event. Äh, gucken wir mal, wie weit ich da gekommen bin. Gucken wir mal, Simril. Hier. Also bei Simril fehlt mir hier noch ein 175er in Freeplay. Das sollte zumindest zu schaffen sein, weil, ähm, also man hat eben die Möglichkeit dann mit der ersten Mission den Champion freizuschalten. Dann hat man noch zwei Missionen, wo man Goldkisten bekommen kann. Und wenn man diese Missionen alle geschafft hat, dann kann man Freeplay machen und versuchen dort noch ein paar Tokens zu sammeln. Und, ähm, ich weiß gar nicht, ob man auch noch eine Kiste bekommt. Und ich glaube schon, aber werden wir gleich mal sehen. Weil ich werde dann auf jeden Fall dieses Mal Simril machen, weil eben hier habe ich ja auch schon alles abgeschlossen. Und ich hoffe, dass ich dann die 175er noch vervollständigen kann. Open Timegate to Darius. Also, the other two timegates you don't choose will become unavailable until the next set of timegates. Ja. Also, ähm, ihr könnt eben nur eins von den dreien auswählen. Und die könnten eventuell beim nächsten Mal wieder dabei sein. Oder auch nicht. Weil natürlich werden die irgendwie zufällig ausgewählt. Ich weiß nicht, ob die zufällig für alle ausgewählt werden. Weil was auch noch dazu kommt, ähm, also hier habe ich ja jetzt eine 50er und eine 75er. Ähm, also gehen wir erstmal weiter. Ja. Äh, äh, genau. Also, ihn muss ich jetzt nicht freischalten. Ich weiß gar nicht, wie es aussehen würde, wenn ich ihn erstmal freischalten müsste. Also, jetzt kann ich erstmal die 50er spielen, um die erste Kiste zu bekommen. Danach kann ich die ja machen und dann kann ich Freeplay. Dann kann ich nämlich diese Mystra Favors sammeln. Allerdings lohnt sich das deutlich, deutlich, deutlich weniger als die normalen, ähm, Events. Das heißt, da könnt ihr dann durchaus überlegen, wenn ihr die beiden habt und nicht allzu viel Freeplay machen wollt. Genau, also ihr könnt keine Kisten, ihr könnt dann nur die Favors von ihr noch einsammeln. Ja, jetzt muss ich natürlich erstmal das andere, ähm, beenden, bevor ich dort, äh, einsteigen kann. Also, es war über einen Tag. Ähm, ich habe 25 von diesen Vögeln oder sonstigen Hintergrundsachen, Goldsachen angeklickt. Und eine Silvershäste habe ich immerhin bekommen. Nicht viel für so einen ganzen Rand. Und 400 Gems. Gehen wir jetzt in die Time Gates. Und ich mache hier die erste 50er Arena. Ich habe jetzt hier natürlich nicht allzu viele Goldboni, also genauer gesagt gar keine. Ähm, was das dann natürlich ein bisschen anstrengend macht, hier tatsächlich, ähm, den Startpunkt zu finden. Und jedes Mal, wenn ich jetzt das hier verwendet habe, ist es so, dass wenn ich das nächste Mal Simril benutze, dann steigen diese, ähm, Areas an. Das heißt, ich bekomme dann die nächste Goldkiste nicht bei 50, sondern wahrscheinlich, wenn ich beide gemacht habe, dann erst bei 100 und 125. Ähm, mal gucken, das steht, glaube ich, auch hier in den FAQs. Eine 50 und eine 75. Und beim nächsten Mal wird es eben steigen. Genau. Also hier 100 und 125. Wenn ich ihn nicht auswähle, ähm, dann fällt es auch automatisch schon wieder um die 25. Das heißt, wenn ich eigentlich immer im Wechsel habe, dass ich einen auswähle und den dann zweimal daneben lasse, dann komme ich wieder auf 50 und 75. Also kann man sich dann wieder ein bisschen vereinfachen. Aber, äh, im Moment mit den Champions ist das eh nicht so entscheidend, weil es immer noch welche sind, die ich gar nicht verwende. Die Standardzeiten sind eben 72 Stunden, die, äh, dort offen sind. So, was hier jetzt natürlich noch hilft, äh, das werde ich jetzt nämlich gleich mal noch machen. Ich werde noch eine normale Silberschess, die ich eigentlich auch schon nicht mehr regelmäßig öffne, weil, ob die jetzt da ein bisschen mehr Zeug haben oder nicht, ist dann auch wieder furcht. Ähm, so, das heißt, hier habe ich jetzt nämlich dann zumindest einen zweiten Champion dabei, womit das Ganze ein bisschen schneller geht, weil sie dann doppelt so schnell angreifen, wenn zwei unterwegs sind. So, erste Area abgeschlossen. Das heißt, das 75er wird auf jeden Fall dann deutlich, deutlich einfacher, ähm, weil dann natürlich die Goldboni und so weiter dann schon wieder greifen. Und, ähm, was eben, was ich euch jetzt noch nicht zeigen kann, ähm, weil natürlich ich jetzt noch keine Mystra-Favors wieder zur Verfügung habe. Aber hier warten im Moment schon mehrere zur Konvertierung. Also, die wartet noch nicht, weil da muss ich erst wieder welche gesammelt haben. Aber ich glaube, das waren so bei drei oder fünf Prozent oder so weiter, was mir dann mehrere Missionen, also die beiden Goldkisten plus, ähm, zwei oder drei Free-Play-Durchläufe dort gebracht haben. Das war verdammt wenig im Vergleich zu dem, wo ich jetzt gerade noch, äh, am Abwarten bin. Ähm, die kann ich jetzt eigentlich schon konvertieren, weil ich werde die auf jeden Fall hier in die Kehlems Fever investieren. Und, wenn ich jetzt mich mit dem Time-Gate beschäftige, werde ich die nächsten zwei Tage da ohnehin jetzt nicht allzu viele weiter bekommen. Und es steigt ja eh bloß um zwei Prozent. Also, machen wir hier auch schon mal den Convert. Jawohl. Und dann kann ich da nämlich hier die nächsten Sachen ausgeben. Jetzt komme ich langsam an die Stufe ran, aber ich will natürlich hier nicht eins hoch elf ausgeben, um das hier möglichst schnell zu sammeln. Aber ich kapiere jetzt wieder ein bisschen Puffer. Also, drei hoch neun kann ich locker ausgeben. Das heißt, da kann ich die All-Champions auf jeden Fall schon mal zwei kaufen. Das wird jetzt schon zu teuer, weil dann geht der schon auf acht, weil ich will ja hier weiterhin bei zehn Prozent bleiben. Ähm, das heißt, mit dem da passt das gerade noch. Und dann ist das einigermaßen so ein Gleichgewicht, dass es bei zehn Prozent bleibt. Deswegen, also, es wird noch eine ganze Weile dauern, bis ich diesen Block hier freischalten kann. Ähm, weil da brauche ich ja noch mehr als das Zehnfache, was ich jetzt an Favors habe. Und das geht eher ganz gut im Tier mit den Event-Favors, als das das wirklich hier mit den Mystra-Favors, weil, wie gesagt, das wird irgendwo vielleicht bei fünf Prozent, vielleicht geht es sogar bis zehn Prozent hoch. Aber es ist dann nicht sehr erheblich für die Aufwand, Aufwendungen, die ich da brauche, um das hier mehrfach durchzuspielen. Und mir dann diese paar Dinger dann einzusammeln. Was ich jetzt natürlich nicht machen werde, ist, das Ding vorzeitig zu schließen, weil, sobald das Ding geschlossen ist, kann man die Dinger dann auch konvertieren. Ja, also, das hier eben, die Time Gates, bieten euch die Möglichkeit, zumindest die verpassten Champions zu rekrutieren. Und zum Teil eben, sobald diese Achievements davon abhängen, die natürlich auch zu vervollständigen. Das heißt, das Ausrüstung-Achievement und die 175er, das sollte kein Problem sein. Mal gucken, ganz am Anfang waren das ja, glaube ich, weniger. Okay, nur 150. Das heißt, die könnt ihr dadurch sicherlich nachholen. Mal sehen, ob das, weil hier weiß ich noch nicht, ob das klappt. Bei dem habt ihr ja gerade gesehen, auch wenn das Event zu Ende ist und ihr dann die Ausrüstung bekommt, klappt das auf jeden Fall. Das andere ist meistens ja mit einem Skill. Das heißt, dass ihr irgendeinen Skill einsetzen müsst. Das sollte auch kein Problem sein. Das heißt, das könnt ihr dann auch nachholen. Das, was schwierig wird, ist die Vervollstellung der drei Varianten. Ich weiß nicht, ob das bei denen, wo ich die Varianten noch nicht abgeschlossen habe, was eben zumindest jetzt noch keine sind, die ich bisher in diesen Time Gates bekommen habe, ob es damit möglich wäre, hier so ein Adventure noch abzuschließen. Mal sehen. Also, wenn ich das erste Mal so eine Mission bekomme und ich einen von den Dingern spielen kann, zum Beispiel mit Winter, dann werde ich es ausprobieren. Dann kann ich es euch vielleicht erzählen. Jetzt gilt es halt erst mal zu gucken, ob ich bei Simriel, beziehungsweise hier ist es ja eigentlich auch schon. Das heißt, in dem Event werde ich auch feststellen, ob ich hier irgendwas vervollständigen kann. Weil eigentlich die Adventure werden mir ja nicht angeboten, sondern eben nur die beiden Karten, also nur die beiden Kisten. Deswegen, das ist das, was leider dann offen bleibt, dass ihr diese Adventure sozusagen nie erleben könnt. Ich denke mal, da werden sich auch noch irgendwann irgendwas einfallen lassen, wie man da wieder rankommt. Weil es wäre ja vor allem auch schade, wenn die Events sozusagen nicht erlebbar sind, nur weil man sie irgendwann mal verpasst hat. Ich vermute mal, dass sie sich eventuell ja nicht trotzdem irgendwie wiederholen und dass sie sich da irgendwas einfallen lassen. Aber so kann man auf jeden Fall vor Ablauf des Jahres auf jeden Fall an die Helden rankommen und sie auch noch mit besserem Gier ausstatten. Das ist eigentlich so das Primäre, dass für die nochmal Goldkisten gefarmt werden können. Zumindest zwei. Ja, soweit die Neuigkeiten heute von Idle Champions of the Forgotten Realms. Und dann euch viel Erfolg über die Time Gates noch vermisste Champions einzusammeln und ich gehe dann weiter zum nächsten Spiel.